Teil 3 meines Schriftwechsels mit Richter Barton vom Landgericht Münster. Gelesen am 22.03.2024 von Mark Bellinghaus, Siegfried Schmidt aus Münster. Justizopfer der Justiz Münster seit 13 Jahren. Teil 3 Ich erwarte die Einstellung aller monetären Forderungen gegen mich, die tatsächlich auf nichts als Fehlurteilen gründen. Eine Klage Bauverein Kettler IG gegen Siegfried Schmidt ist nachweislich hin und nichtig, weil der Vorsitzende des Vorstandes der Bauverein Kettler IG, Herr Jörg Dickmann, der zugleich, schlimm genug, im Bündnis für Wohnen der Stadt Münster sitzt, als Vorstandsvorsitzender aufgepasst, Oberbürgermeister Markus Lewe, Klammer zu, und der sich mehrfach schuldig gemacht hat gegen mich, meine Person, meinen Ruf als Schauspieler und Künstler, als Mensch sowieso, der mich zusammen mit seiner Ehefrau zutiefst sexuell diskriminierte und mich auslachte und der vier Nachbarn gegen mich zu Falschaussagen angestiftet hatte, gemeinsam mit meiner eigenen Halbschwester Patricia Belotti. Wenn Sie auf meine Erklärung in Form der Poticelli-Darstellung, die Verleumdung des Appelles blicken, dann können Sie genauestens kapieren, Sie verstehen dann bis auf den Punkt, womit sich eine ganze Stadt nachweislich zusammengetan hat, um mich in den Tod zu treiben, Herr Barton. Nichts anderes war Ihre und die Absicht Ihrer vielen machtvollen KollegInnen. Gott ist auch hier mein Zeuge. Jeder andere in meiner Position, in meiner aussichtslosen Lage wäre längst durchgedreht, hätte wie dieser Psychopath Jens R. seinen Wagen genommen. Aber ich vertraue auf unseren Herrn Jesus Christus, der mir sagte, Halte inne, lieber Marc, lieber Siegfried. Deine Zeit der Abrechnung und der Wahrheit wird kommen. Sie ist da, denn mein Heiland hatte immer Recht. Deshalb habe ich gewartet, bis das Fass des Unrechts und der regelunrechtmäßigen vorsätzlichen Dauerstrafen gegen mich überläuft. Dann kam die Premiere meines eigenen Theaterstückes, nur namentlich so idiotisch abgeändert, dass sogar eine Richtermumie aus dem Reich der Toten ungeachtet eines Anubis zurückkehren würde, um Widerspruch zu genehmigen. Ich habe gewonnen. Nicht nur am 23.06.2021, sondern immer. Denn ich bin auf der richtigen Seite des Gesetzes und das wissen Sie verdammt gut. Und genau und alle. Ich erwarte, dass alle drei Spitzen der Justiz mit neun Kräften besetzt werden. Leute, die nichts, aber auch rein gar nichts mit Schambert, Frobel und Frobel, also Ulrich Schambert, Jürgen Frobel und Jens Frobel zu tun hatten. Nur so kann die Justiz Münster dem Ekelgeruch entgegen, der vor seinen Häusern momentan herrscht. Ich werde dieses Schreiben an Justizminister von NRW, Dr. Benjamin Limbach, schicken, der leider selber in einer Justizmisere zu stecken scheint. Es wird gemunkelt über, es wird auch öffentlich geschrieben über einen Justizskandal, in den er verwickelt ist. Kostolmein muss mit ihrem undemokratischen Ehemann, gegen den ich Strafe am Zeige stellen musste, wegen Verleumdungen in drei Fällen aus dieser Stadt gejagt werden, je eher, desto besser. Die vielen Gründe dafür brauche ich nicht wiederholen. Tue dies aber auch sehr gerne auf Anfrage. Lesen Sie meine Dokumentationen über einen Intendanz-Totalausfall namens Dr. Katharina Kostolmein, die mich nicht hasst für das, was ich kann, sondern von wem ich abstamme. Denn das habe ich der bösen Frau von Anfang an